Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 229. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, das war ein Kaltstart diese Woche. Nach diesem unfassbar entspannten Osterurlaub habe ich doch eine, ich möchte fast sagen, anstrengende Arbeitswoche gehabt. Das ging schon gleich am Dienstag los mit dem viel zu früh Dienst. Das habe ich mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich mir das ausgesucht habe oder ob die Kollegen das entschieden haben. Ist auch egal. Das macht mir gar nicht so wahnsinnig viel aus. Nur ich hatte schon drei Tage vor Arbeitsbeginn immer mal wieder überlegt, wie war eigentlich nochmal das Passwort? Also wie melde ich mich nochmal bei Windows an? Wusste ich nicht mehr. Überhaupt keine. Also ich hatte so eine Idee, wie die Struktur des Passwortes sein könnte. Und da ist halt so ein Bestandteil drin, der sich alle paar Wochen ändern muss. Und das wusste ich einfach nicht mehr. Und so die richtige Reihenfolge war mir auch nicht klar. Und also ich wusste halt so, da ist ein Wort, da sind Zahlen. Irgendwo hier müsste ein Sonderzeichen sein. Aber welches? Überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich also tatsächlich, das ist ja das Blöde immer am viel zu früh Dienst. Der geht halt um sechs Uhr los. Die IT ist ab acht besetzt. Und da musste ich also zwei Stunden lang mit dem Funktionsaccount vorlieb nehmen und konnte also nicht in das allgemeine Postfach reingucken, weil ich nämlich auch das Lotus Notes Passwort für den Account nicht wusste. Also das war alles ganz aufregend. Und so habe ich mich dann mit dem sogenannten Call of Shame bei der IT gemeldet. Das ging dann auch relativ schnell. Und im Lauf des Tages kriegte ich dann den Auftrag für das Ende der Woche, nämlich eine Reise nach Helgoland. Da war die erste deutsche Inselkonferenz, wo sich also Vertreter der Nord- und Ostseeinseln über Zukunftsthemen unterhalten haben. Und entsprechend viel Orga-Kram hatte ich zu tun, Vorrecherche, Bestellungen aus den einzelnen Anstalten annehmen, koordinieren. Was sind mögliche Zeiten, wann wir was machen können, wo ist es überhaupt sinnvoll, so einen Live-Slot zu buchen und so weiter und so fort. Ich habe auch dann schon ein paar Interviews vorvereinbart und natürlich so Sachen wie Hotelbuchung und Flugticket und so ein Kram. Ja, das hat mich am Dienstag ein bisschen eingeschränkt, am Mittwoch ein bisschen mehr. Da kam ich dann doch ganz schön in Schleudern mit den Sachen, die ich sowieso für Mittwoch auf dem Zettel hatte. Ja, und Donnerstagmorgen ging es dann damit los, dass ich um, erst am Dienstag habe ich noch Vorberichte gemacht für die Nachrichten, dass einfach für den Morgen schon was vorliegt und war dann für Donnerstagmorgen um kurz nach acht mit NDR Info verabredet. Das habe ich noch im Studio gemacht. Habe mich dann von einem Kollegen nach Österreich zum Flughafen fahren lassen und habe also rüber gemacht nach Helgoland, da ins Hotel eingecheckt, das Gepäck abgeworfen und dann zum, dann habe ich einen Kappen gegessen und bin zum ersten Interview rübergegangen. Dann war da noch ein bisschen Leerlauf bis, naja, so eine halbe Stunde ungefähr, bevor der Empfang losging. Das heißt, ich habe mich also schon mal akkreditiert, also die Anmeldung erledigt und habe mir einen guten Platz gesucht in diesem Saal vom Rathaus, wo der Empfang stattfinden sollte. Also die Begrüßung letztlich war gar kein, ja, doch ein bisschen empfangig war es. Und von dem, also gerade als die angefangen hatten, war der nächste Live-Slot gebucht fürs WDR 5 Mittagsecho. Und danach musste ich dann auch schon rüber in die Nordseehalle, also die, ich sage mal in Anführungszeichen, Mehrzweckhalle von Helgoland. Und da ging dann die Konferenz los. Und der ganze andere Kram, also Vorträge und gleichzeitig eben noch mehr Bestellungen, noch mehr Live-Geschichten. Sagen wir es kurz, ich habe wenig von der Konferenz mitbekommen, weil ich die ganze Zeit entweder telefoniert oder produziert oder live geschaltet habe. Und ich bin vor allem nicht so richtig da weggekommen. Also normalerweise versuche ich immer irgendwie, ja, so mal um die Insel zu gehen, wenn ich auf Helgoland bin. Oder gehe mal in einen von den zahlreichen Geschäften rein, um irgendwie eine Flasche Schnaps zu kaufen für zu Hause. Ging alles nicht. Eine Schule auf Rügen hat einen Preis bekommen. Da habe ich für NDR 1 Mecklenburg-Vorpommern noch was gemacht. für die 21 Uhr Nachrichten. Und danach war ich eigentlich fertig und habe mich noch hingelegt, weil ich schlafen wollte und lag gerade gut. Und habe mich gerade so eingemuggelt und hat gerade den Einschlafen-Podcast an. Und dann fuhr es mir wie Schuppen in die Haare. Nee, ach egal, dass ich noch was vergessen hatte. Denn die Kollegen aus Niedersachsen hatten ja auch noch speziell was bestellt für den Morgen. Musste ich also nochmal aufstehen. Dann war ich im Endeffekt, ja, weiß ich gar nicht, ja, zwischendurch noch was gegessen und hin und her. Und dann, nee, warte, ich hatte um sieben, kurz nach sieben hatte ich das für Mecklenburg-Vorpommern produziert. Dann waren wir was essen. Da habe ich dann relativ schnell, genau, ich habe noch die ganzen Geräte angeschlossen, dass die Akkus laden. Und mich dann hingelegt, lag gerade gut. Und dann fiel mir das ein, musste also nochmal wieder aufstehen, schreiben, produzieren, schneiden, verschicken. Und dann war es irgendwie kurz vor Mitternacht, bis ich im Bett war. Nächsten Tag dann gemütlich so gegen kurz vor zehn wieder da gewesen. Da sollte eigentlich eine Resolution unterzeichnet werden. Das hat nicht geklappt, aus Gründen. Und das hat mir so ein bisschen meinen Plan für die Berichterstattung an dem Tag zerschossen. Das heißt, ich habe so ein paar Sachen schon vorgeschrieben, gleich am Morgen. Und die musste ich dann nochmal neu machen. Zum Glück waren die noch nicht verschickt. Das wäre dann peinlich gewesen. Das hätte ja vielleicht schon jemand senden können. Und das wäre dann nicht so der Knaller gewesen. Ja, und so ging das eigentlich den Tag durch. Gegen Mittag, halb eins ungefähr, war ich fertig mit allem, was ich da vor Ort machen musste. Und dann gab es noch drei Live-Gespräche, die angefragt waren. Und da habe ich gesagt, das mache ich alles nicht mehr von der Hauptinsel aus, sondern ich bin dann also schon mal rübergefahren zur Badeinsel, zur Düne. Da ist auch der Flugplatz der Insel. Und habe also da schon mal in der Abflughalle von dem kleinen Inselflughafen gesessen. und da die letzten drei Sachen gemacht, beziehungsweise nur zwei. Also der Flieger sollte starten um 15.30 Uhr. Und das war total angenehm. Ich habe da gesessen, habe gearbeitet und habe dann nochmal gefragt, auf welchem Flieger ich ganz genau gebuchen, also sprich, wann die Startzeit ist. Ja, 15.30 Uhr stimmte. Und dann saß ich da in Sichtweite des Schalters. Und irgendwann kamen die Kollegen vom Fernsehen, das Kamerateam, hat schon mal eingecheckt, ungefähr 40 Minuten vor Abflug. Dann kam irgendwann die Dame vom Schalter und die sah ja, dass ich arbeitete. Sie sagte, Entschuldigung, ganz kurz nur, hat sich an ihrem Gepäck irgendwas verändert? Ist da mehr oder weniger drin in ihren Koffern oder ist das so wie auf dem Hinflug? Ich sagte, nee, ist alles genau gleich. Ja, prima, dann kann ich das schon fertig machen und kam fünf Minuten später wieder mit unseren Tickets, legte die nur hin und winkte kurz so, ja, hier ist das schon mal, machen Sie ruhig mal weiter so in dem Stil. Und dann habe ich also die beiden Live-Gespräche gemacht und wollte mich gerade einwählen für das letzte. Vor Abflug um Viertel nach drei war das vereinbart. Und dann war es irgendwie, zehn nach, zwölf nach, keine Ahnung, hörte ich eine Stimme in diesem Schalterraum. Ja, der Abflug 15.30 nach Büsum, bitte jetzt einsteigen, sonst kriegen wir ein Problem mit dem Wetter. Und das war so ein bisschen schockig. Also ein Glück, dass das Kamerateam da war, denn die waren super auf Zack und haben gleich, also ihren Kram hatten sie schon auf dem Gepäckwagen. Meine Sachen standen noch bei mir. Da war ja auch noch irgendwie, es war ja Kram aus drei Taschen, war ja irgendwie auf meinem Schoß. Die haben also mitgenommen, was mitzunehmen ging. Ich habe mir alles nur noch in die Umhängetasche geschmissen und das Handy rausgekramt, um bei dem Sender anzurufen, um Bescheid zu sagen, es klappt jetzt gerade nicht, muss jetzt boarden, melde mich. Und habe also eine E-Mail aus dem Flugzeug geschrieben, geht jetzt gerade nicht wegen Wetter. Ich bin dann und dann wieder am Boden, dann können wir. Dann kam eine sehr angenehme Mail zurück, ja gar kein Problem, wir nehmen dann einfach um kurz vor vier auf. Sag ich, prima, dann habe ich noch ein bisschen Luft, super. Und habe dann also vom Flughafenparkplatz aus das letzte Kollegengespräch geführt über diese geile Mupro-App, die in der ARD zum Glück sehr verbreitet ist. Ja, das war also Helgoland. Und insgesamt waren das zwölf Kollegengespräche in zwei Tagen, zwei Langstücke, also Beiträge von der eine 1,30, der andere 4 Minuten 30 von Deutschlandfunk. Und dann noch diverse Nachrichtenstücke, ich glaube vier oder sechs, ich weiß es nicht mehr. Also es hat ganz schön gerappelt im Karton, auch finanziell, muss man auch fairerweise sagen, aber entspannt ist anders. Also wirklich, ja, Kaltstart ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Bin ich also mit dem Kamerateam losgefahren, die mussten sowieso durch Heide durch und haben mich am Studio rausgelassen, also die Sachen verstaut, alles wieder ans Ladegerät angeschlossen und in die Regale geräumt, wo es hingehört. Hab den Zug um 17 Uhr genommen, war um 20 vor sechs ungefähr zu Hause und hab mich dann, also das hatten wir vorher schon vereinbart, meine Frau hatte den Wohnwagen schon soweit vorbereitet, den haben wir nur noch angehangen, paar letzte Utensilien reingepackt und da waren wir um viertel nach sechs auf der Straße und sind nach Kiel gefahren, zu unserem, ich will nicht sagen Stammcampingplatz, aber seitdem wir den Wohnwagen haben, fahren wir einmal im Jahr mindestens nach Kiel-Falkenstein und bleiben da ein paar Nächte und sind dann das Wochenende da geblieben, denn ich hatte am Samstag und am Sonntag auch in Kiel zu arbeiten. Und das haben wir dann auch noch und haben das sozusagen als Basis dann benutzt, dass ich also von da aus zur Arbeit gefahren bin, das war ganz angenehm und ganz schicky, die haben dieses Jahr das Waschhaus saniert, erzähle ich dann auch noch im Camping-Caravan-Podcast in der nächsten Folge, aber das Waschhaus war alt, aber sauber, aber es war halt auch in erster Linie fast alt. Das muss man fairerweise sagen, das sah nicht mehr gut aus. Und jetzt haben sie es halt komplett kernsaniert, aber sie waren da nicht so besonders schlau. Also ich würde es nicht abnehmen von der Baufirma. Also es sieht super schick aus mit neuen Fliesen drin, also wirklich an Wänden und Böden, neue Fliesen, die ganzen Duschkabinen sind alle komplett neu gemacht und neue Wasserhähne, die man jetzt nicht mehr abnehmen kann, das heißt, die gehen auch nicht mehr so leicht kaputt, aber es ist halt irgendwie so ein Konstruktionsfehler. Man setzt buchstäblich den ganzen Vorraum unter Wasser und nicht nur den Vorraum der Duschkabine, sondern das Wasser fließt dann auch unter der Tür durch in den Vorraum und man muss dann also eine ganze Menge Wasser wieder zurück in die Dusche schieben zum Abfluss hin. Da ist offenbar der Duschkopf falsch eingestellt und dann auch zu wenig Gefälle in den Fliesen drin oder weiß der Geier, vielleicht auch in die falsche Richtung. Naja, nicht so clever. Bevor wir nach Hause gefahren sind, waren wir noch auf dem Streetfoodmarkt in Kiel. Der läuft noch bis 1. Mai auf dem Rathausplatz. Und ich will nicht sagen, es ist eine lächerliche Veranstaltung gewesen. Das wäre zu hart, aber es war kurz davor, also ungefähr so 25, 30 Wagen. Auf der überwiegenden Mehrzahl davon gab es Burger. Achso, man muss einen Euro Eintritt bezahlen, damit man sich da was zu essen kaufen kann und man muss alle Getränke am Eingang abgeben. Und ich habe an keinem Wagen wirklich jetzt ein explizites Getränkeangebot gesehen. Also das Essen war da alles aufgelistet, aber ich habe nicht jetzt einen Preis gesehen für irgendein Getränk. Doch bei dem Inder gab es Mangolassi für 3,50, okay. Aber dass ich jetzt da noch irgendwie eine Selda zum Essen hätte kaufen können, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Das fand ich auch sehr spannend. Das Essen war okay. Wir hatten, was hatten wir denn, meine Frau hatte Süßkartoffelpommes, die wirklich gut waren. Dann habe ich so ein Grilled Cheese Sandwich geholt, das haben wir uns geteilt. Das war ganz schön. Die haben uns dann erst mal vergessen. Also ich habe das bestellt und bezahlt und dann haben die irgendwie den Bon verpeilt und hatten auf einmal ein Sandwich zu viel. Und da war dann zum Glück jemand, der das gleiche bestellt hat. Dann musste er nicht so lange warten. Aber als ich dann nach 20 Minuten fragte, was der mit meinem Essen ist, haben sie gesagt, oh nein, das war ein Versehen, war echt keine Absicht. Man hat gesagt, das wäre ja noch schöner gewesen. Also es kann mal passieren, aber ist natürlich dann irgendwie kacke. Und danach gab es noch so einen fancy schmancy Hotdog. Der war wirklich gut, muss man wirklich sagen. Also ein ganz cooles Brötchen und nicht so eine klassische Bockwurst drin, sondern mehr so eine langgezogene Frikadelle. Camembert war dabei und sortierter Apfel und also ganz geil und sah auch noch gut aus. Mit Granatapfelkernen obendrauf, die natürlich überall hingerollt sind, nur nicht dahin, wo sie sollten. Naja, gut. Also ich fand es irgendwie ein bisschen. Insgesamt war es okay, aber es war halt ein bisschen verschenktes Potenzial. Der Platz war einfach zu groß für die wenigen Leute, die da waren. Ich glaube, die haben mit mehr anderen gerechnet. Vielleicht waren da auch mehr Leute oder vielleicht kommen auch noch mehr, wenn das Wetter irgendwie schön ist. Keine Ahnung, aber so war es alles ein bisschen verloren. Ja. Also eine Sache habe ich noch vergessen bei der Urlaubsausgabe. Als wir nämlich in Straßburg waren, waren wir auch in einem Weinladen und da gab es auch einen Elsässer Whisky. Ich habe nicht mehr geguckt, wie der jetzt heißt. Das muss ich euch in den Shownotes dann aufschreiben. Das ist ein Blend, also kein Single Malt. Und der reift in einem alten Pinot-Fass. Und muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Nicht ganz so rauchig, wie ich das sonst trinke. Ich bin ja mehr so bei Whisky, finde ich ja rauchig besser als torfig. Ich finde, dass torfige Whiskys so einen Anklang von Schorf haben. Und der hat aber ganz fruchtige Noten. Er ist vergleichsweise mild. Den kann man wirklich sehr gut trinken, finde ich. Das mochte ich. Nächstes Mal würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt im Stadtzentrum von Straßburg dann nachgucken. Obwohl 32 Euro für eine Flasche Whisky ist jetzt auch nicht zu viel. Ja, das war das, was ich euch erzählen wollte von der vergangenen Woche. Mal gucken, wann ich es hinkriege, die nächste Folge zu veröffentlichen. Jetzt ist ja gerade heute auch der neue High Alarm Podcast erschienen. Das ist so ein bisschen mit einem traurigen Auge. Uns gehen einfach die Filme aus. Es ist gerade der Sharknado-Hype ist vorbei. Wir haben alles abgearbeitet, was es so gibt. Und müssen sagen, nach 42 Folgen ist jetzt nicht Schluss mit dem High Alarm Podcast. Das auf gar keinen Fall. Aber wir können halt den monatlichen Rhythmus nicht mehr halten. Haben wir jetzt sowieso schon nicht. Die letzte Folge ist aus dem Dezember gewesen. Haben jetzt ein Vierteljahr Pause gehabt, weil wir einfach keinen Termin gefunden haben. Wegen, ja, also bei mir kam ja auch einfach viel Überarbeitung dazu. Und bei Benni ist auch wenig Zeit gerade mit Arbeit und Hobbys und so. Und wir sind einfach nicht zusammengekommen, weil ich dann auch irgendwie im Urlaub war und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir aber diese Folge veröffentlicht mit Atomic Shark, ein ganz großartiger Trash-Film. Und mal gucken, also wir werden jetzt noch eine Meta-Folge machen mit ganz viel, wo wir das schönste Feedback aus dem vergangenen Vierteljahr so sammeln und verarbeiten wollen. Weil das ein bisschen Vorbereitung erfordert, mehr als wir jetzt gerade leisten konnten. Und dann mal gucken. Also es kommt noch einer, der heißt 47 Meters Down oder 48 Meters Down. Das ist halt so eine Hollywood-Produktion wieder, wo ein Hai irgendwie eine Rolle spielt. Der Trailer war ziemlich gruselig. Und da bin ich schon, also das wird glaube ich ganz geil. Und angeblich soll ja dieses Jahr endlich Sky Sharks erscheinen. Da werden wir mal gucken. Ja, naja. Jetzt ist heute der 29. April. Morgen am 30. Wollen Marco und ich die erste Folge vom Camping Caravan Podcast aufnehmen. Das ist auch ganz was Aufregendes. Ja, mal sehen. Und wann die nächste Episode von Jörn Schaars für einen Podcast erscheinen wird, weiß ich noch nicht. Mutmaßlich nicht am Sonntag. So viel kann ich sagen, aber mal gucken. Vielleicht schaffe ich es doch. Weiß ich alles noch nicht. Mal sehen. Vielleicht, also wenn es was zu erzählen gibt und ich die Zeit finde, dann mache ich es. Aber ansonsten kennt ihr ja schon. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Tschüss.